Hallo Leute, heute zeige ich euch ein kleines Tutorial über den YouTube-Armblocker. Und zwar könnt ihr mir gesperrte YouTube-Videos anschauen. Es ist für Firefox, Chrome, Safari und Opera verfügbar. Ja, ihr geht dazu auf YouTube. Ich habe das hier jetzt schon mal... nee, erstmal downloadet. Jetzt ist es natürlich klar, wenn ihr es hier downloadet, geht ihr auf Weiter, Installieren, gut. Ich habe das jetzt schon alles gemacht gehabt, mir hat es nochmal angezeigt. Ihr konntet es ja noch mal unter Erweiterung sehen, da habt ihr es. Ich habe jetzt noch Adblock mit dabei, aber ist ja egal. Und dann geht ihr auf ein gesperrtes Video. Ich bin jetzt auf dem Kanal von Vevo, da die irgendwie fast alles von der GEMA gesperrt haben. Gucken wir uns mal das zweite hier an. Da habt ihr es gesehen, Video ist nicht verfügbar. Ja, er wandelt das um und wir können jetzt hier das Video sehen. Das probieren wir hier nochmal mit, den Gorillaz. Wieder umgeht er die Sperre. Läuft. Noch ein Video, damit ihr Bescheid wisst. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch und abonniert uns. Und man sieht sich ja mal im nächsten Mal. Ciao.